UNTERTITELUNG Hey Siri, Matthes Anruf. Aber sag dem Fahrer, der soll mich im Loch an der Ecke abholen. Moin Moin. Na, Meister, wieder auf Weltreise. Ich hab ein Casting, ganz schön dickes Ding. Kann ich ein Autogramm haben? Danke. Gerne schön. Sie erkennen mich nicht, oder? Sie wohnen in meinem Haus? Nein, Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich glaube, ich muss los. Ihr Flug geht erst halb zwei, Sie haben doch noch Zeit. Wohl, wissen Sie was? Ihr Stasi-Leute wissen so was. Ich kann in eurer Wohnung sehen. Von meinem Fenster aus. Wir sind hier, weil du mir was sagen willst. Also sag's mir, oder halt die Fresse. Okay. Ja, ich halt die Fresse. Der Bruno, immer für die anderen da. Sie Schweine. Halt die Fresse!